Komm schon, du schaffst das. 90 Sekunden hast du noch. Was, bei mir sind sogar noch 1 Minuten oder 30. Ja, das sind 90 Sekunden. So, hallihallo liebe Freunde. Nachdem es letztens so super ging gegen die Bots, gegen die schweren, haben wir uns gedacht, wir machen heute mal mit echten Spielern. Und bis jetzt denken wir, haben wir hier ein ganz aussätliches Match gefunden. Ich spiele diesmal mal Lina, das ist so ein Support, Feuer, Magier und Lumida ist noch dabei. Yay! Die ist noch mal als Ursa versucht, wie angekündigt. Jawohl. Ja, wie gesagt, wir haben hier ein relativ Anfängerspiel. Das höchste Level ist Level 8. Das konnte man am Anfang ein bisschen einsehen. Schon mal sagen, dass ich hier mit Ursa rumlaufen werde. So, dann gehen wir hoch, oder? Ja. Irgendwie wahrscheinlich. Ja, aber brauche ich eigentlich überhaupt Support? Wäre es vielleicht sinnvoller, wenn du mit ihm gehst? Was hat denn der? Ich möchte aber mit dir spielen. Mie, 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 mie. Oh, guck mal, man kann das sogar auf der Map festlegen. Kannst da draufklicken, linksklicken auf die Map. Ah, auch, das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe mich immer gefragt, was das soll. Aber jetzt, ich gehe trotzdem top. So, ähm, achso, Moment. Was? Keine Ahnung, ich fange wieder damit an. Ah ja, das sind die Faceboots. So, ich kaufe den und aktiviere den. Hier, Kurier gekauft. Ich habe meinen Job erfüllt. Ja, du bist ja Support, ne? Ja, du bist ein Support-Charakter. Available Tokens? Ich habe keine Tokens. So. Laufen alle top, alles klar, gehen einfach alle top. Wer ist denn das hier? Ähm. Der Shark-Typ da, ne? Ähm. Ja, Problem ist, dass mit sollte... Na, die laufen wahrscheinlich top wegen den Dings. Wie heißt's? Ähm. Der Rune, da, in der Mitte. Ja. Ja, ja, und verschwinden dann wieder, oder? Ja, aber die laufen alle zur Rune hin. Ich lauf zur Rune! Meine Rune. Das wird nicht deine mit den Gegnern, die da sind. Ja, ich auch so. Wieso kann ich das? So, dass ich da besser wegfalten kann. Ja, und jetzt, aber wir können nicht alle top machen. Das funktioniert so nicht. Geh ich halt mit, wenn der das nicht checkt. Ja, aber du bist Mitte richtig schlecht aufgehoben, würde ich behaupten. Dann muss ich Mitte gehen. Wieso bin ich denn Mitte schlecht aufgehoben? Weil Nahkämpfer. Und dir gibt es die Höhenunterschiede. In der Mitte. Aha. Wenn du im Wasser in der Mitte stehst, kannst du nicht oben angreifen, auch als Fernkämpfer nicht. Okay. Weil du sozusagen von da aus nicht treffen barfst. Okay. Ich fühle mich wie die Bläser. Das ist doof, jetzt spielen wir doch nicht zusammen. Nö. Also muss ich mal irgendwie hoffen, dass ich ab und zu mal hochkomme. Geh doch da raus. Blöder Ursaat. Jetzt muss ich mich ja echt konzentrieren. Geht's los. Ich bin echt stark. Sonst kommen wir gleich zu anderen. Voll gut. Ich mag Tenky-Charaktere. Und die ganze Zeit am Sterben ist, ist das echt ne gute Geschichte. So, was war das jetzt noch gleich? Ähm. Ähm. Okay. Das ist er. So. Oh Gott, ich mag diese Animation gar nicht. Die Ankunftsanimation ist schrecklich. Oh ja. Dadadadadadada. Ich würde überhaupten, grad läuft's irgendwie ungut. So. Bei mir. Oh, es geht so bei mir. Ich spam zu viel Mana, glaube ich, aus. Ich hab immer Angst, irgendwie in die... Geht der Typ, in der Mitte fehlt. ...zu sterben. Sonst, der kommt zu uns hoch. Keine Ahnung, ist einfach weg. Oh, der ist hinter mir. Der ist natürlich uncool. Okay, das mit dem Last Hitten hab ich immer noch nicht so wirklich raus. Der kommt aber... Ich find das... Ja? Das kam ja grad wirklich hier hoch. Er ist grad irgendwie rumgelaufen, aber hat ziemlich viel Schaden gefressen. Hm. Ja, wir spielen ja mit Nubes zusammen, so. Ja. An der Stelle danke für alle Tipps, die ich bekomme. Auch wenn ich sie manchmal vergesse. Ich werde mir Mühe geben, sie nicht zu vergessen, aber... Sollte mir mal ein Ursa-Bild angucken. Also, ähm... Ich will das da kaufen. Und eigentlich will ich... Oh, Moment mal, halt, stopp, nicht da hinlaufen. Ähm. Okay. Und das da auf jeden Fall. Oh, kaufen. Kann ich schon was kaufen? Und... Ah, der Kurier läuft gerade. Okay, dann mach ich das da unten nicht. Der Inktra nicht den Kurier wegschicken, wenn den grad jemand nimmt. Nee, 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 passt schon. Aber das zwischendurch kaufen ist, ist ne sehr sinnvolle Geschichte, falls man dann doch mal irgendwie hops geht. Ich hab grad die Welle eh rausgepusht gehabt. Also die Stand dann geht nur unter dem Turm. Und deswegen konnte ich da auch kaufen. Ja. Die läuft schon. Ich gehe. Ach, nur Mana. Mal, als Ursa zu wenig Mana hat. Huuu, denied. Ähm, was soll ich denn eigentlich mit Maxen? Ja, ich glaub doch, stopp. So, Chuck. Oh, hier zu mir. Ah, verdammt. Hm. Oh, denn unser Naturprophet wurde bei einem neutralen Creep getötet. Das ist natürlich nicht so geil. Das ist aber immer noch besser, als wenn er irgendwelche Gegner feedet. Das stimmt. Könnte schlimmer sein. Aber ist trotzdem nicht zwang, glaub ich, gut. Nee, nee. Gut ist natürlich anders, aber es ist weniger schlecht. So, das läuft jetzt zu dir. Okay. Wär jetzt der von uns oder ein Gegner? Nein, der, der Kurier. Ich war beim Kurier, Entschuldigung. Ja, ja, den hab ich ja schon beordert. Wieso wolltest du ihn, hab ich denn jetzt... Ja, ich wollte ihn auch, meine Stashes voll. Du bist zu spät dran. Ich merk schon. Also, jetzt ist er weg von mir. Kannst du ihn zurückschicken, zum Basis? Ja, der geht automatisch, oder? Ähm, so. Kurier, zum Basis, genau. Ähm. Return, Retrieve Items. So. Ähm, okay. Ich hoffe, das macht auch das, was ich dachte. Nicht irgendwas anderes. Äh. Oh, noch was machen wir mal. Was möchte unser Verbündeter gerade? Oh, oh. Ist der Gegner gekommen vielleicht? Äh. Ja. Wow, komm mal hier hinter. Kurier, alter, verrückt. Zur Basis zurück, danke. Ja. Wir sind zur Basis laufen, ich brauche nämlich die Items endlich mal. Wie muted man mich hier die ganze Zeit? Mutet man dich? Achso. Ja, das so. Ja, das so. Ja. Ja, das so. Ich hab sowieso kein Mana, also. Ja, man muss auch nur mal sicher gehen. Was ist aller Blödsinn. Wer von denen kann denn das? Keine Ahnung. Ach man, ey, die Windrunnerin, die nerven die bisschen mit dem Dingens. Okay. Ich brauche dringend mehr Mana. Kann er jetzt endlich mal da zurücklaufen? Mal den Quatsch holen. Jetzt ist er frei. Ja, ich hab ihn grad schon zurückgeschickt. Ja, komm, den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Ach, jawoll. Nice, du hast sogar First Blood bekommen. Ja, aber war nicht mein Verdienst, sondern eigentlich von dem anderen. Oh, jetzt haben sie den anderen erledigt. Den hätte ich jetzt eigentlich beschützen sollen. Ich bin ein Schwein. Das war jetzt grad echt dumm von mir. Also, da renne ich als Tank einfach weg. Weißt du, das ist so... Hm. So, ähm. Grab all. Und jetzt... Nein, retrieve nicht. Deliver Items. Dankeschön. Ich schäme mich gerade. So schlimm, ja? Ja. Das war so Standard. Ich spiele ja sonst die ganze Zeit. Irgendwie hab ich immer so fragile Leute gespielt. Und dann... Jetzt bin ich nicht fragil und dann renne ich auch noch weg. Komm her. Lieber... Juhu. Ich hab Items. Äh, hier ist immer noch viel. Okay, okay, okay. Ich sollte vielleicht auch mal mein... gewonnenes Geld irgendwie... Oh! Oh! Was denn das? Was? Äh, ich hab hier hinter... Was sind die mit... Kommt zu euch hoch. Ja. Die wollen mich hier dringend. Ich komm dir mal entgegen. Äh, ich kann auch nichts tun, ne? Also, da sind jetzt nur... Diesmal, diesmal verteidige ich hier mal. Okay, das reicht. Nicht weiter reingehen. Das ist noch ein zweiter. Okay. Zeit für die heißen Blödsinn. Äh, huh? Hat er wenigstens das Leben gerettet? Jo, danke. Oh, aber dafür stirbt jetzt der andere. Das war jetzt nicht so gut. Ich lass den in einer Natur im Stich. Ich bin total der Arsch. Äh, ich halte das für begrenzt. Arschig, weil... Hilfst mir dafür. Okay, Secret Job. Da muss ich jetzt mal heben. Ja, da war ich gerade. Oh, oh. Bin ich schlau. Ah. Wo will denn der hin? Der will doch nicht abhauen hier. Ah, ich bin auf dem Weg. Verdammt, ringdradeln. Ich hab wieder vergessen, das Ding zu kaufen. Bleib stehen. Jawohl. Hast du ihn gekriegt? Ja. Nice. Voll gut. Oh, dafür fällt unser Turm. Nein, fällt er nicht. Sehr gut. Du kriegst viel Damage. Ja, ja, ich wollte nur kurz ablenken, bis du hier seid. Ich bin doch auch Tank, so halb zumindest. So. Okay, unser Drow will da voll rein. Man kriegt richtig viel Geld, wenn man Leute killt. Ja, 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 ja. So, ich wollte eigentlich zum Secret Shop. Auf dem Weg war ich gerade. Geh ruhig Secret Shop. Und zwar den Energy Booster dabei haben. Kann ich mir die jetzt mal... So, Shop. Ähm... Was ist das denn für ein Etwas? Moment, wie heißt das Ding? Irrn of Shadows, okay. Irrn of Shadows. Was habe ich jetzt vorhin gesagt, was ich kaufen soll, was mir jemand gesagt hatte? Ähm... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es waren Schuhe, die habe ich schon. Und es war... Irgendwas, wo du gesagt hast, das haben auch ganz viele andere Charaktere sollen. Nein, das bringt Degger. Genau. Oh, oh. Burn a path. Hm. Drei, drei gegen mich ist ein bisschen... Ne, zwei. Okay, das ist ein bisschen... Nein, 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 nein! Wow. Da waren sie jetzt gerade hier sehr fies zu mir. Irgendwie. Okay. So, meine Regenärin. Ähm... Noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Und dann... So, was, was für ein Degger? Der ist überhaupt nicht in meinen empfohlenen Gegenständen. Der Blink-Degger? Ja. Keine Ahnung. Weiß nicht warum. Oh shit, Top Tower ist fallen. Ja. Ja, das muss rechts unten, wenn die angegriffen werden, dieses Dingens benutzen. Ja. Ich habe es aber auch zu spät registriert jetzt gerade. Oh yeah. Okay, jetzt sind wir hier irgendwie in der Mitte zu... Zusammen. Für zweit. Das ist irgendwie Quatsch. Ähm... Wir sind jetzt hier und weitermachen, oder was? Okay. Oh yeah. Macht ihr das jetzt da, oder... Keine Ahnung, machst du das da oben alleine? Mhm. Bisher läuft es ganz gut, wenn alle von euch da unten sind, irgendwie. Okay. Ich meine, ich kann ja mal versuchen zu ganken irgendwie, aber ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist. Oh, das wollte ich nicht. Ich gehe mal da auf die untere Lane. Neh, wir machen eine Drown-Trop-Bloon mit. So, der Mitte schafft das die Drown, aber nicht alleine, oder? Ähm, anscheinend nicht. Ne, die wird gerade mit ihr angegriffen. Äh, ha. Wer lebt ihr das? Ja, hoffentlich. Jetzt haben wir ein Problem. Haltwebe. Invisibility! Ich habe keine Gläser bekommen. Okay, ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Oh, jetzt ist der Nächste, der verfolgt wird. What the fuck? Ich renne hier gerade nur hinterher. Irgendwie, gefühlt. Nochmal, da komme ich mal dazu. Ja, das hat auf der unteren Lane irgendwie... Haben wir wieder jemanden, der auf Karte oder so? Kann das sein? Äh... Ich sehe es jetzt gerade nur nicht. Der Lilaner irgendwie? Oh, das kann sein. Der, der nämlich eigentlich Top-Lane machen wollte mit? Äh. Das würde erklären, warum wir die ganze Zeit eigentlich gar nicht so schlecht spielen und trotzdem noch die Fresse kriegen. Naja, ich bin jetzt auch schon wieder einmal gestorben. Wo sehe ich denn, wann dieser unsichtbar-Buff eigentlich weg ist? Ah, okay, hat sie schon erledigt. So, hm. Na gut, dann würde ich sagen... Oh, es wird unten wieder verfolgt. Ja. Gehe ich mal... Oh, oh. Gehe ich mir mal unten den Kill abstauben. Wenn du rankommst. Ja, bestimmt. Bist du dir sicher? Ein bisschen schneller als er. Ja, aber du musst halt zum Angreifen stehen bleiben. Ah, oh, ich hab weh. Okay, never mind. So macht es tatsächlich Spaß. Also, wenn man gar nicht so schlecht ist wie sonst. Aber ich sollte vielleicht wieder Top gehen irgendwie. Habe ich so den Eindruck? Weil Top ist jetzt niemand, ne? Wenn ich jetzt die ganze Zeit hin und her laufe, nützt das auch nichts. Gehst du jetzt Top? Ich gehe Mitte eigentlich, weil das sind zwei. Ja, aber Top ist keiner von uns. Ja, genau. Has been removed from the game due to inactivity. Toll. Ach, Mann. Warum? Ja, wenn es dann mal gut läuft, ne? Nur weil sie ihre komischen Dinge nicht bekommen haben. Ganz im Ernst, am Anfang die Lanes ist das sowieso relativ. Bin ich halt auch der Meinung. Aber war der wohl nicht der Meinung. Hier ist übrigens niemand mehr in der Mitte. Vom Gegner. Die Gegner sind alle irgendwie gerade weg. Machen die vielleicht Dings, äh... Hoshan? Hoshan? Zu der Zeit schon, meinst du? Ich hatte es irgendwie für Unrechte. Okay, sie sind alle bei uns unten aufgetaucht. Ich bin Tank, ich bin Tank. Ich muss da rein. Wo bin ich denn? Da dran. Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. Okay, ich muss raus. Ich muss raus. Ich sehe es ein. Ich muss raus. Okay. Wo sind denn eigentlich meine Schuhe als... Weg. Ich kann den aber nicht steuern, ne? Ja, hat nicht gereicht. War ein Versuch rauszukommen. Äh, ich bin gestorben da noch. Ja, der ist... Kann man nicht steuern? Ja, stimmt, man kann ihn nicht steuern. Der hat die Steuerung nicht abgegeben, keine Ahnung. Deck hier ist auch nur in den... Link, dacke. In den... Ach, da. Kostet 2000, das Wunder, das Ding. Ja, so viel habe ich noch nicht. Kann ich irgendwie wieder meine? Dankeschön, der 1000, okay. Ähm, irgendwie... Ja, es sagt es so. Ähm. Okay. Okay, Moment. Hier sind irgendwie Strings zu kaufen. Okay. Was ist das? Hurst. Okay. Könnte ich jetzt mal hier irgendwie... Ja, danke. Jetzt kriege ich wenigstens mal meine Schuhe. Also. Ich gehe jetzt mal wieder top. Wie langt es jetzt? Okay. Okay, bottom ist under attack. Da müsste auch irgendjemand mal kommen. Yes. Äh, ich würde gerne, aber ich habe noch kurz Kohlen auf Teleport spielen. Nicht yet. Your middle tower is under attack. Wir wissen, der eindeutigen der Unterzahl. Das ist echt bitter jetzt. Also. Ich würde das jetzt irgendwie die Regel kriegen. Wow. Ich habe ihn gekriegt. Boah, diese, diese, diese Arschlöcher. Die waren ja alle bei dir, oder was? Das war schlau. Ja, der hat sich einfach mal... Der eine hat mich gemutet, also gefeilend verwendet. Und der andere hat sich direkt neben mich teleportiert. Der hat mich einfach eiskalt niedergemäht. Okay. Also richtig übel. Aber gute Schachzug, muss man anerkennend sagen. Ich bin ja so fern. Ja. Toll. Muss ich mich rückkaufen? Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ich mache den Turm hier unten weg. Ähm, ja, mach. Schneller. Hm, das geht schon noch. Kommen wir noch ein paar Minions. Turm tot. Sehr schön. Ja. Das läuft eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wenn wir halt alle da wären. Okay, die Luna kann ich jetzt auch steuern. Okay, jetzt schon. Also, wir sind nur noch drei. Ach Gott. Ach Gott, warum? Das ist doch kacke. Ich bin auf dem Weg zu deiner Mitte. Wir bräuchten aber noch jemanden, der im Bottom bleibt. Ach, Quatsch. Oh, Toll. Ich habe mich verklickt. Wer hat mich da gerade erwischt? Das war der... Irgendwann, wenn ich das zu oben bin, kommt schon mal... Dingens, äh... Oh, vielleicht der Typ hier? Ja. Ja, der zum Beispiel. Oh, den kriegen wir. Ich bin tot. Oh. Noch einer hinter dir, nehme ich. Aber die nehme ich natürlich zweit auseinander. 3 gegen 5 ist halt echt ein bisschen sinnlos. Ach, Mann. Das ist jetzt echt hart. Ja. Der hat nicht einmal mitgespielt, richtig. Der Shark, meinst du? Oh, Mann. Ja. Einen Shark kann man nicht mal steuern. Slark, meinst du? Slark, ja. Ich meine, der ist wie ein Shark, ja. Also. Oh, Mann. Ja, das haben wir wohl leider verloren. Ich würde es trotzdem eigentlich gar noch bis zu Ende spielen. Ja, ja, nee. Aufgegeben wird nicht. Weil jetzt kann man könnte halt... ...kostenlos rausgehen. Oder ohne Bestrafung rausgehen. Ja. Trotzdem... Trotzdem ist das nix. So. Ich meine, ich bin Level 11. Ich bin eigentlich im gleichen Level wie dir auch, aber... Oh, du bist sogar besser als ich. Ich habe ein bisschen besser gelastet, glaube ich. Das kann sein. Ja, ich bin ein bisschen unterlevelt gerade. Ich muss mich jetzt ein bisschen... ...ranhalten. Ja, ihr Mitteltower ist unter Attack. Ja, ihr Mitteltower ist unter Attack. Gehst du hoch? Soll ich mitkommen? Äh, ich gehe in die Mitte, aber ich kann ja nicht viel machen wahrscheinlich. Dann komme ich mit. Ja, der ist durch. Ich muss jetzt mal irgendwie leveln. Ja, mach ruhig, aber... Dann pushe ich mal botten. Kann nur sein, dass der alle kommt. Ja, ich bin gerade die ganze... Ich bin zu oft hin und her gelaufen, weil ich mich nicht treiben konnte, wo ich jetzt kämpfen soll. Ich habe den in der Mitte getötet. Boah. Sehr gut. Die sind halt echt nicht gut, die Gegner. Achso. Ja, umso ärgerlicher, ne? Dass wir jetzt halt in der Situation sind, in der wir sind. Ja, ja. Ja, die Top Tower ist unter Attack. Burn' em all! Im Moment sind wir noch zu dritt. Wo sind die jetzt alle hin? Oben ist einer. In der Mitte ist keiner. Nee. Es heißt vorsichtig sein. Nein, nein. Nicht. Nicht. Hast du jetzt direkt vor ihm seine Schmute gebrannt? Äh, eventuell. Aber er hat zum Glück nicht reagiert und mich angegriffen. Du Held. Er hat das gekonnt ignoriert, dass ich dort alleine neben dem Tower stehe, der mit dem nächsten Hit tot war. Den Tower kannst du übrigens auch den Nein, ne? Ja, also ob ich daran denken würde, ich war froh, dass ich überhaupt an Party Nice gedacht habe. Ja, okay. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt kommen sie aber da oben gerade zu zweit. Das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Ich renne doch schon weg. So, ähm, ich muss mir irgendwie einkaufen. Hast du mich da unten gekonnt vertrieben gerade? Ähm, hm, 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 hm. Was hat mich hier noch nahegelegt? Okay, auf jeden Fall Agamir's Zepter. Was mache ich denn jetzt? Verdammt, hab ich natürlich hier gelaufen gerade. Wofür wollte ich das denn haben? Ach so, wenn ich frohste darf. Ah, das ist doch den erstmal, den erstmal bauen. Ah. Shit. Okay, man sollte nicht an der Front in den Shop gucken. Ja, das könnte generell ungünstig sein. Kriege ich denn jetzt wieder diese ursprüngliche Ansicht? Welche ursprüngliche Ansicht? Beim Shop. Hast du umgestellt? Ich hab irgendwas umgestellt, jetzt hab ich meine empfohlenen Gegenstände nicht mehr. Okay, jetzt hab ich hier die Vorschläge. Und jetzt kann ich mir aber nicht mehr, nicht mehr diesen Baum angucken. Ach doch. Ah, okay, das gibt's einfach bei dem einen Gegenstand nichts. Okay, vergiss es. Ah, kein Booster. Ähm, hä? Hä? Ach so, lol. Ne, wir spielen Dota. Nein. Hä, reitet jetzt mein Charakter auf dem Dingens? Aber nein. Wir haben ja ein kleines Problemchen mit unserem Turm. Ja, sehr schön. Du bist schon da. Oh, ich bin tot. Du bist auch schon wieder weg. Du bist auch schon wieder weg. Der macht mich halt sofort tot. Gegen diese hab ich ja nicht gekämpft. Das ist dann die Nominee. Der macht mich einfach tot. Ist der jetzt abgebogen oder gibt's denn hier noch irgendwo... Ja. Hä? Hm. Hm. Ja, natürlich doof. Ähm, ich grab und klicke. Okay, das ist schlecht. Oh, ey. Nein. Du hast auch noch erwischt, ja. Ja. Es ist halt ein bisschen Quatsch. Drei gegen fünf. Das kann man, glaube ich, leider nicht gewinnen. Ja, wir werden aber bis zum bitteren Ende kämpfen. Du kannst gar nicht verstärken, oder? Unsere Strukturen. Ich bin tot. Ja, manchmal kann man das trotzdem rechts unten. Ich weiß es ja nicht. Ach so, nee, nee. Das kann doch auch nur alle zusammen, oder? Also ich mein... Ich farm ein bisschen. Farmst du rechts unten vielleicht mit? Oh, ja, aber das ist der Char, der stirbt gleich, ne? Das ist von einem, von einem, die raus sind. OIT Geduportiert. Mit dem jungle ich dann immer, wenn, wenn ich tot bin. Weil das Geld wird, glaube ich, aufgeteilt. Aber ich komm schon, ich komm schon. Huiuhuuih. Oh leil, der hat mich halt noch erwischt. Hab ich keine Ahnung wie, aber... Na komm, stopp. Ey, das mit diesem Wald ist einfach mega scheiße. Ähm, der ist sogar noch gestorben, einer von den Gegnern. Ja, den hab ich grad gekillt in einen. Gut gemacht. Danke. Aber dass die dann diesen Wald um einen rumsetzen, das ist halt schon... Ich muss jetzt erstmal heilen. Der soll da weggehen mit seiner Drowned. Der kann doch da alleine nix ausrichten. Soll warten, bis ich wieder da bin. Okay. Keine Ahnung wie ich von dem Gegner getötet wurde, aber er hat mich einfach getötet. Kommt leider manchmal vor. Irgendwie eine Challenge, die will ich nicht haben. Oh, bei meiner Regeneration. Ich hab's jetzt erstmal ein wenig vertrieben. So, jetzt bin ich hier da. Wuhu. Ja, das ist erstmal hier die Party zu Ende grad. Okay, ich hab jetzt verstanden wie das schon ist. Okay, du hast jetzt Vampir-Zepter gekauft. Oder Vampir-Masker. Mhm. Das ist sogar so ne sinnvolle Anzeige. Die sollte es bei Lot auch geben. Abwegen... Mein Carry hat sich grad das und was gekauft. Ich komm mal zu dir. Ich glaub den kriegst du nicht alleine. Yes. Unwahrscheinlich. Aber zu zweit könnte man kriegen. Ah... Nee, glaub ich nicht. Doch. Ähm... Nicht, wenn er Unterstützung bekommt. Äh... Vor allem nicht Unterstützung, nämlich irgendwie fünf Sekunden lang... Muted. Du solltest dir nicht hinterherlaufen. So wird er schneller als du. Ich wollte ihn eigentlich, wollte ich mich ran beamen. Aber... Wie ran die ersten Blinkdecker versucht zu benutzen oder was? Ja, aber irgendwie wollte der das nicht ganz so wie ich das wollte. Okay, okay, okay. Der ist stärker als ich. Ich seh's ein. Ja. Der... Auf was steht der Moment? Ich guck mal kurz nach. Ähm... Achso, 4-1. Also irgendwie... Ach, ich muss doppelt... Doppelt diesen Blinkdecker aktivieren. Du musst den mit der Taste aktivieren, dann dahin klicken wo du hin willst. Mhm. Okay. Ja, ich hatte den vorher noch nie. Okay. Ich muss jetzt erstmal heilen. Dann komm ich... Dann funktionieren aber doch alle Items. Alle Aktiven. Hm... Naja, es kommt drauf an, ob die dann irgendwas mit Bewegung zu tun haben. Ne, auch andere Aktive Items, die ein Ziel brauchen. Funktionieren so. Okay, wir bräuchten hier... Lebst du? Ich lebe, aber ich weiß nicht wie lange. Okay. Oh scheiße, dieser fucking Baum. Au. Au. Ich bin tot. Okay, ich kann mich nicht bewegen, während der mich angreift. Äh, ich glaub, die drücken jetzt durch. Ja, das glaub ich auch. Ja, das glaub ich auch. Ich hab keinen Platz für... Dinge ins Barrow. Das doof ist, wenn man so oft stirbt, kriegt man sich auch kein Gold, um irgendwas zu kaufen. Sprich, du fällst noch weiter zurück. Das ist das, was mich am Brutal hier am meisten stört. Hm. Jemand, der eh alle Leute tötet, kriegt dann immer noch sozusagen Haupt den noch mit Gold. Ja, also ich glaub, das ist durch. Ich glaub auch, dass es durch ist. Aber ich würde sagen, dieses Mal sind wir wenigstens nicht schuld. Das würde ich auch behaupten. Außer, dass der halt sofort so aufgeregt war, weil ich gesagt hab, ich will auch top gehen, dass er halt gar nicht mitgespielt hat. Ja gut, aber dafür kannst du ja nix. Achso. Ist jetzt schon mal leid. Schade, diese blöden Bäume. Kriegt den noch! Ich komm wieder, ich komm wieder, ich komm wieder! Jawoll. Ich hab den auch noch erwischt. Sehr schön. Den letzten kriegen wir auch noch. Ich höre, welchen letzten? Nee. Ach, verdammt. Lass mich am Leben! Ja, süß. Äh, was macht denn die eigentlich? Achso, noch mal Spell. Okay. Ja, grobe. Tschack! Ja, ich hab den echt unsichtbar. Ist das assi. Ja. Das ist bitter. Ne, wir haben sogar noch mal gerettet hier. Das erste. Oh, Mittel Tower. Oh, Mittel Tower ist unter attack. Oh, ähm, ja. Gerettet. Ja, ja, total gerettet. Ja, ja, total gerettet. Aber es hätte schlimmer sein können. Mein Leben wär noch. Grad so. Ich hab jetzt 4000 Gold. Ich glaub nicht, dass ich zurückkomme, aber ist okay. Ich weiß ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr, was ich noch alles kaufen soll. Verkaufst du denn eigentlich auch Gegenstände, die irgendwie schwächer sind im Inventar? Äh, eigentlich nicht, ne. Ich hab gar nicht so viel Platz für den ganzen Kram. Ah, toll. Verwandelt er mich einfach mal an ein Schwein? Ach so? Das war ein Schwein? Hm. Also diese Bäume sind echt... gemein, einfach nur. Stirn dich ein bisschen, sagst du? Ja. Wie oft der mich jetzt schon mit diesen Scheiß-Bäumen da irgendwie gekriegt hat. Wir könnten ja irgendwo versuchen, einen Ausbruch zu wagen. Ich müsste eigentlich nochmal zum Secret-Dingens. Ja, in der Fall von uns. Roshan hat in der Dauer-Dingens. Na toll. Aber unser Team hat auch kein Lust in Englisch zu schreiben, das ist immer super. War der von uns, ja? Der, der Gelbe. Der Gelbe. Meine ich. Der hat gerade einen Chat geschrieben. Oder, ach ne, ist doch der Gegner? Der war der Gegner, glaub ich. Immerhin überhaupt jemand, der kommuniziert... Ich bin tot und die kommen gerade unten. Ich kann mich auch nicht wiederbeleben. Ist das irgendwas, womit ich das Schild noch verbessern kann? Ne. Sie sitzt aber hier unten nämlich so ein Schild. Was irgendwie ganz vom Anfang ist. Oh Wahnsinn, unser Drawranger spielt doch noch mit. Ist ja Wahnsinn. Die Drawranger ist die ganze Zeit schon dabei. Ja, aber er hat sich gerade einfach nur in die Mitte gestellt und hat nichts getan, wenn die irgendwie angegriffen haben. Da konnten drei Leute mich kaputt machen und dann hat er doch noch gesagt, ich bin mit. Wahrscheinlich so schön geshoppt wie ich gerade vorhin. Einfach auch gepennt habe. Okay, jetzt weiden sie uns so ein bisschen aus, ne? Ja. Ja, sie können das schon längst beenden. Wir haben einfach keine Lust. Farmen noch ein bisschen Kills. Mich wundert es ja, dass unser Leadertyp angeblich noch dabei ist. Oben hat man ja so ein Symbol, wer nicht mehr mitspielt und wer noch mitspielt. Stimmt. Ist wahrscheinlich gerade am Telefonieren und guckt zu, ne? No. Ich komme jetzt noch einmal wieder, um zu sterben. Aber ich habe zumindest am Anfang Spaß in der Runde. Ja, ich auch. Das ist wichtig. Also. Also ich bin in meinem, wir sind eigentlich schon relativ gut gerüstet. Bei mir ist irgendwie Animation kaputt. Eigentlich relativ gut gerüstet für Spieler gegen, äh, für Spieler gegen Spieler auf unserem Level. Cool, wieder ein Item. Ja, ich diesmal auch hier. Ja. Ähm, deswegen. Na guck mal, diesmal habe ich wenigstens vier Kills schon und vier Supports. Das ist schon deutlich besser, als ich das bisher hatte. Ja. Ich auch. Und guck mal, XP pro Minute war ich sogar der Beste. Wuhu! Jawoll. Ja, mit den Last Hits bin ich bei Nahkämpfern immer eine ziemliche Katastrophe. Aber auch im Vergleich zu den anderen immer noch gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, wenn du, mit Ursa ist so ein Charakter, der könnte theoretisch junglen. Da gehst du gar nicht auf eine Lane, sondern machst halt die Creep-Camps kaputt. Direkt von Anfang an? Ich weiß nicht, ob das ein Dota von Anfang an möglich ist, aber ich denke schon. Hm. Müsste ich überlegen, ja. Ähm, muss, muss dann aber wahrscheinlich mal jemand, musst du dir da irgendwie durchlesen, welche Route man da ungefähr gehen muss, weil es gibt bestimmt Camps, die man am Anfang schafft und welche, die man nicht schafft. Hm. Das müsste ich auf jeden Fall. Wie gesagt, schade, dass unser Slug einfach keine Lust hat. Ach, der stand auf 0,3. Der hat also mitgespielt irgendwann und hat dann keine Lust mehr. Ja, und der andere war disconnected, ne? Also ich mein... Die Luna dann, ja. Die stand dann auch auf 0,5 und hat keine Lust mehr gehabt. Ne, die hat dann gegen Ende, wurde die noch ein paar Mal reingeschickt von unserer Drown, glaube ich. Ach so. Ja, und ein paar Mal gestorben. Ah, okay. Also... Ja, gut, ne, aber... Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt langweilig ist, wenn ich ein paar Mal bei Ursa bleib, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme mit dem Char, gut, klar. So. Ja, ich denke, ich werde auch nochmal Lina spielen und dann versuchen wir es bestimmt nochmal gegen normale Gegner. Also ich habe zumindest das Gefühl, wir können uns schlagen. Doch, also ich hätte fast erwartet, dass es schlimmer wird, aber ich fand es gar nicht... gar nicht so schlimm. Gegen den Level 30 wäre vielleicht schlimmer geworden. Das stimmt, ja. Okay, gut. Dann... Machen wir für heute Schluss, ja? Ich bin Stufe 5 geworden. Ja, können wir gerne tun. Ich auch, ich auch. Also, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis bald. Bis bald. Bis bald. Schaust dir das bei Florian drin? Das war's für heute.